Na ja, wenn ich mir was wünschen könnte für das deutsche Kino dann eigentlich mehr Filme, verschiedene, also unterschiedlichere Filme in mehr Kinos, so wie in Frankreich das möglich ist, wo sie auch mehr Zuschauer damit haben und mehr Filme, die nicht versöhnen. Das wäre auch noch ein ganz großer Wunsch von mir.